750 und danach ja letztendlich auch den kv2 und ja was brauchen wir überhaupt hier bei euch rank 4 unlock process okay also ich muss eigentlich kann bis hier ganz normal forschen und hier muss ich dann wieder sehen dass ich irgendwie vier fahrzeuge habe das ist auf jeden fall relativ gechillt wobei ich bevor schon ich müsse sechs fahrzeuge haben wenn wir unlock process you need to purchase six more vehicles of rank 3 okay dann haben wir hier zwei vier oh shit fünf also muss ich scheinbar ich diese reihe auch noch gehen fail dies is blöd außer hier gibt es auch noch irgendwelche das ist blöd ich hasse aber ich will die tese nicht spielen also sicher nicht schlecht und so aber da ist eigentlich so viel lust drauf und jetzt werde ich quasi vom spiel gezwungen die zu spielen das finde ich eigentlich gut naja ich finde das system sowieso scheiße also das ist das system das system dass man quasi mit jedem ding alles erforschen kann aber halt gleichzeitig auch diese mindestens so viel kaufen muss und dann höheres reing zu kommen ich fand das davor wesentlich angenehmer weil da kommt mal da auch mal straight zu einer linie gehen das ist man wesentlich viel ja wesentlich zeit gespart wenn man halt nicht da nebenbei noch zigtausende andere flugzeuge oder panzer erforschen musste nur um dann weiter zu kommen nur um die fahrzeuge zu kaufen das ist schon echt leider ein bisschen blut gemacht aber naja dadurch muss man länger spielen mehr spielen vielleicht war das der wille dahinter weil ich könnte jetzt natürlich die seite einfach die linie wo ich bin einfach weiter ja weitermachen aber ja es kann halt auch gut sein oder ja es kann nicht nur gut sein es muss ist so dass ich dann mit ja um dann letztendlich auf den namen vier zu kommen muss ich dann letztendlich noch mehr quasi erforschen und zwar die russen tds so und da verlieh ich natürlich zeit oder ich muss halt mehr machen weil die reihe habe ich noch nicht angefangen die müsste ich dann komplett neu machen quasi würde ich das nicht müssen dann könnte ich hier die reihe einfach runter machen das ging ja früher so das war auch fand ich wesentlich besser aber naja kann ich mir leider nicht aussuchen die einfach alles hier hin und fährt ach die map ist es ok ich bin gespannt wie er nicht so viele matches mit dem panzer gefahren oh das ist ein tv 57 aber ein toter der ist natürlich höher aber naja das ist ja Nice, 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 nice. What? I'm out. Goodbye. Alright. Whoops. Whoopsie-daisy. Boah, krass. Erstmal blöd, wenn man so auf einen Punkt steht. Da ist das so wie ein Jackpot. Wirkt so wie Schüsse. Kann ich nicht reparieren? Ich kann jetzt niemand... Oh mein Gott. Ich kann meinen Turm nicht reparieren. Das macht das Ganze so ein bisschen umständlich. Oder geht das hier? Ja, nice. Ja, nice. Nice, nice, nice. Used to interrupt. Es ist Reload. Toll. Oh nein. Der Tank wird in 5 Sekunden repariert. In 5 Sekunden. Sekunden. Ah, schade. Ich wollte eigentlich beim Flieger nichts mitmachen. Nice. Ich brauche ja nicht. Ich brauche ja nicht. Ja, ich brauche ja nicht. Ich brauche ja nicht. What the heck? Mein Reload. Strong. Fuck. Fucking shit. Ah, das ist dieses Mega-Schiff-Dingsbums. Komm, lade ich einen schnellen Glück nach. Komm, komm, komm. Jetzt. Oh, jetzt ist es tot. Komm, komm, komm! Komm. Komm, komm! Ich müsste die ja spotten können, oder? Nice. Nice, nice, nice. Hat auf jeden Fall Bock mit dem Flugzeug und drüber zu fliegen. What the heck? Fuck, wo soll man da durchkommen, oh mein Gott. Das ist ein Jagdpanzer, oh mein Gott. Oh, als ob mein Loader nicht schon kaputt genug ist. Na, ich brenne, oder? Dem Ding noch nicht erforscht für einen Feuerlöscher. Jetzt kommt Artillerie auch noch. Und auch nicht. Naja, wenigstens lebe ich noch. Oh, kann ich doch beim Airbattle nicht mitmachen? Boah, krass. Ich will beim Airbattle mitmachen, man. Come on. Schade. Schade, schade, schade. Ja, komm, ich fahre jetzt mal hier lang. Oh, lol. Aber die Runde ist geil, das ist jetzt vorbei. Leider habe ich nicht viele Punkte bekommen. 100 Gramm mal. Na, scheiße. Also, gegen Jagdpanzer machen. Na, Gott. Ja, ja, keine Chance. Usch. Dieser hole ich gar nicht viel lassen. Was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Okay, was ist das? Oh,'s. Oh, was ist das? Ich vermute. die Feuerdinger. Hätte ich die mit, dann wäre ich nicht, äh, abgebrannt. 5000 haben wir jetzt schon. Sorry. Ja, wir gucken wo der Paner ist, das ist doch ordentlich ein Tier 5er. Tier 4, Tier 5er war jetzt, ne. Weil ich glaube es kann auch der, oder? Ne, ich meine es war ein Jagdpanther. Meile, ich meine zumindest. Auf irgendwann ein heftiges Ding. Sieht auch schneidig. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Schnieke, schnieke, sieht er aus. Der Schottpanzer? Haut sicher auch gut raus. Ja, mal schauen, ja mal schauen. Ihr könnt nur einmal wieder, ich weiß gar nicht warum der jetzt raus hier ist. Eigentlich müsste hier der genau sein. Können wir mal ein Battle starten. Klingendes kurzes noch, quasi. Ja, der M4 war ein Panzer, den man da bekommen hat, als man sich da in die Beta einkaufen musste. Und ich habe den M4 da genommen, anstatt den T-Fantasi irgendwas glaube ich. Ich bin aber eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Ding. Und an dem Ding prallt einiges ab. Das ist ziemlich nice. Also das macht den echt ziemlich stark, finde ich. Und die Wurm ist halt echt auch ziemlich angenehm. Baaam, Junge. Ja, ich habe kein Dammit oder so gemacht. Und die Wurm ist halt echt. Soll ich jetzt. Ich will irgendwie reintreffen. Ah schade. Woops, whoopsie daisy. Kommt man da war gerade mal irgendwie verletzt. Nicht gut. Dauert der Reload auch zu viel lange. Guck mal, ob ich was reparieren kann. Jo mal hier bin ich safe. Oder halt auch nicht. Reloading geht funkisch. Ah ich muss ihn nicht reloaden. Munition hab ich noch was. Können ja irgendwo draufhauen ne. Würde gerne repairen. Fackin' Spaten. Angehörig werden, wassitzen wir. Angehörig werden wir. Ah, nee. Muni brauch ich echt nicht. Ah, lol, was? Driver? Das ist doch ein Witz. Gibt's hier keinen Crewmitglied, die das übernehmen kann, oder was? Zum Beispiel der Commander. Na, na. Na, ich denke, etwas haben wir geschafft. Joa, jetzt bin ich zufrieden. Bin ich zufrieden. Bäh. Oh, schade. Naja. Zwei halbwegs gute Runden, die andere war nicht ganz so gut. Die war jetzt, äh, vergleichsweise eigentlich besser. Aber wie gesagt, das Ding, äh, damit kann man auf jeden Fall sehr schön austeilen mit dem M4. Ich erforscht gerade die Flak, also, okay. Ne, hier würde ich ebenfalls gerne die Mediums haben. Naja, auch natürlich die Heavies, aber da muss man alles sehen. Wahrscheinlich muss man sowieso wieder alles machen, weil dieses blöde Levelsystem hier ist. Na ja, soweit Sie gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und... Tötrelöööö.